Das war ein Wunsch, oder? In den Kommentaren? Das kann sein. Aber wahrscheinlich einfach in den Herzen von allen. Ey, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Liebe. Kommt zu der ganzen neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Schau mal, also ich weiß auch nicht, wie cool das jetzt für die Zuschauer und so weiter ist, weil sich das jetzt schon ein bisschen zieht. Als wir, ich glaube, vor zwei Podcasts darüber angefangen haben, hat das bisher meinen Kopf richtig zermürbelt. Es hat angefangen mit, wenn du egal welche Frage beantwortet haben könntest, dann ging das über zu Zeitreisen. Und das hat dann geführt, dass ich mir jetzt ein Buch von Stephen Hawking, noch ein zweites geholt habe und das die ganze Zeit gerade durchhöre. Und du kennst doch auch die, ähm, die Doku Cosmos, oder? Äh, direkt? Äh, die von... Die von Neil deGrasse Tyson. Ähm, nee, nee. Echt? Nee, kenn ich nicht. Wow. Wow. Echt jetzt? Nee? Wow, okay, cool. Hä, dann kann ich dir das so empfehlen. Äh, guckst du ja an? Okay, auf Netflix? Also es gab's auf Netflix. Nice. Und jetzt ist es irgendwie auf Disney+. Ach so, okay. Ja, das stimmt. Also kann ich euch auch voll krass empfehlen und auch dir. Mhm. Dir wird's todes gefallen, denk ich mal. Eine Doku-Serie von, ich glaub, zehn Folgen oder sowas. Okay. Gehostet von Neil deGrasse Tyson. Das ist dieser bekannte, ähm, ähm... DeGrasse? Äh, genau. Der, wie heißt das? Wissenschaftler, genau. Der erklärt so in dieser Serie so ein bisschen die Welt irgendwie. Er erklärt so ein bisschen die Welt? Er erklärt so ein bisschen die Welt, weil es geht in dieser Doku, die jeweils auch immer so 40 Minuten bis, glaub eine Stunde geht. Ah, okay, so eine Long-Ass-Time. Long-Ass-Time-Doku. Okay. Aber ey, die ist auch richtig geil. Das kannst du so abends so zum, nicht dieses zum Einschlafen, sondern zum Vorher, vor dem Schlafen kannst du es dir angucken. Du kannst auch tagsüber angucken, das ist kein Ding. Leute gucken doch so zum Einschlafen so Sachen, so zum Beispiel Wiederholungsfolgen von Simpsons oder sowas. Mhm. Nicht so, weil ab irgendwann kriegst du ja nichts mehr mit. Ja. Aber die Themen, die darin sind, handeln von Evolution der Lebewesen und die Geschichte der Menschheit von Wissenschaftlern und Glauben und Biologie, Chemie, was auch immer. Ja. Bis hin zu Quantentheorie und unser Kosmos und das ganze Universum. Also haben die alles in eine Doku gequetscht? Ja, Mann. Okay. Also so, ist so ein bisschen, er muss so richtig schnell reden. Und dann? Für die letzte Folge haben sie Eminem geholt. Nee, aber ich habe ja schon generell viele so Physik-Dokus und sowas so gesuchtet, aber noch nie eine Doku gesehen mit so nicen Darstellungen. Mhm. Und da Physik so ein komplexes Thema ist, ist es halt da gerade besonders geil, dass die alles so nice visualisieren, sodass du Sachen viel, viel besser verstehen kannst. Das hat mich daran so fasziniert. Das könnte teilweise aus Filmen und Serien sein, so nice ist die Qualität. Das habe ich mir halt gegeben und so dieses Buch gerade von Stephen Hawking und wir haben ja ganz viel über Zeitreisen gesprochen. Und was ich einfach noch so mit in unser Lager vorher mit reinwerfen wollte, ist, dass laut Einstein und Stephen Hawking und natürlich bestimmt auch anderen Leuten, ist ja Zeitreisen möglich. Bloß nicht in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft. Sorry. Nee, hast du weiter? Nee, ich habe einfach bloß so 60 Sekunden pro Minute kann man in die Zukunft reisen. Das habe ich auch überlegt. Das Ding ist, das ist es ja ein bisschen. Ja, ja. Warte, warte. Weil das Ding ist, Zeit und Raum sind untrennbar, laut den Theorien, die Einstein aufgestellt hat. Das heißt, du kannst nicht in der Zeit zurückgehen, ohne im Zeitraum zurückzugehen oder irgendwie im Raum dich nur zu bewegen. Also du kannst nicht von hier dich nach da bewegen, ohne dass Zeit vergeht. Du kannst nicht dich einfach nur im Raum bewegen oder nur in der Zeit, laut denen zumindest. Und das, was die erklärt haben, ist, dass sich Leute Zeitreisen halt so vorstellen wie so, du baust eine Maschine und dann erscheint da so ein Portal und dann steigst du da ein und bist dann halt irgendwo anders in der Zeit und Raum und so weiter und so fort. Es ist halt viel eher so, wie du gerade meintest, dass du tatsächlich in irgendeiner Art und Weise reist. Und dann meistens halt in einem Raumschiff, weil die Unterschiede, die wir haben wollen, um irgendwie Zeitreisen zu können, dafür brauchst du in den meisten Fällen eher ein Raumschiff. Also wodurch die Zeitreise möglich ist, laut denen ist ja einmal, je höher die Gravitation an einem Punkt ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Oder je höher deine Geschwindigkeit ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Das heißt, in beiden Fällen müsstest du ja einmal entweder voll schnell fliegen oder du müsstest irgendwo hinfliegen, wo die Gravitation so hoch ist. Genau. Wie bei Interstellar. Genau, genau, genau. Und man hat ja auch auf der Erde schon zum Beispiel Tests gemacht mit Atomohren, die sich so auf, keine Ahnung, was für einen Zeitraum, so um so eine Millisekunde nur falsch gehen. Hat man alleine schon so mit dem höchsten, das auch, aber mit dem höchsten Punkt der Erde und so. Oder mit einem sehr hohen Punkt auf der Erde und einem sehr tiefen Punkt. Und selbst da haben sich schon so Millisekundenabweichungen. Das heißt, Leute, die tiefer wohnen, die... Sind jünger? Genau, die altern ein bisschen langsamer. Nee, oder umgekehrt, oder? Leute, die höher sind, altern langsamer. Nee, also je höher die Gravitation, desto langsamer vergeht die Zeit. Das heißt, näher zum Erdmittelpunkt vergeht die Zeit langsamer. Ja. Bei uns vergeht sie schneller und somit altern wir schneller. Dein Kopf altert schneller als deine Füße. Aber man kann nicht zurückreisen trotzdem. Man kann scheinbar nicht zurückreisen. Das ist doch alles voll weird. Also erstens, was will man denn damit? Was will man damit machen? Du steigst jetzt in ein Raumschiff, dann fliegst du so schnell für zwei Wochen lang, sage ich mal, oder du gehst in die Nähe von einem schwarzen Loch, insofern das möglich wäre. Was auch immer einfacher ist. Genau, was auch immer einfacher ist. Und dann so zwei Wochen lang und dann so bist du zehn Jahre in die Zukunft gereist. Ja. Das heißt, im Klartext einfach nur, für dich ist die Zeit so langsam vergangen, dass in den zwei Wochen für die anderen zehn Jahre vergangen sind. Das beschreibt es dann so in die Zukunft reisen. Du hast für dich, hast du nichts anders gemacht als irgendwer anders. Du bist irgendwo hin und dann wieder zurück. Eigentlich recht unspektakulär. Außer du hast vielleicht einen schwarzen Loch gesehen. Genau. Das ist halt dann so ein bisschen krass. Aber dann, bis auf den Vorteil, dass du gegen allen über anderen biologisch jung bist, hast du voll verkackt. Weil ist es nicht genauso, als wärst du zehn Jahre lang im so Koma gewesen oder sowas? Oder hast du dich einfrieren lassen? Eher wie einfrieren. Also Koma, nein, weil da alterst du ja trotzdem. Also ich meine einfach von deiner Experience. Ja, natürlich. Du bist nicht so, du kommst dich so an und sagst so, ey Leute, ich bin aus der Zukunft. Oder was auch immer. Aus der Vergangenheit. Du bist so, was passiert hier? Ja, natürlich. Ich war zehn Jahre weg. Also ja, voll. Also ich glaube auch, wenn man einfach beachtet, wie schnell sich die Welt verändert und wie die Welt vor zehn Jahren war. Ich glaube, ich vor zehn Jahren. Was war vor zehn Jahren? 2010. Also auf jeden Fall gibt es voll viele Sachen in der Welt, die so ganz anders funktionieren. Aber okay, zehn Jahre geht noch. Ich glaube, der Abstand ist noch so, es ist ein bisschen verwirrend. Denkst du, es geht noch? Trump ist gerade Präsident. So alle, die dachten, Trump ist so im Showbusiness und so, ha, der wird niemals. Also ich glaube, das Internet ist vor allem verwirrend. So bei das Internet vor zehn Jahren war schon, ich sag mal, ähnlicher zum Internet jetzt als so vor 20 Jahren. Aber das ist eine komische Aussage, natürlich. Ich weiß ein bisschen, was du meinst, beziehungsweise es ist ähnlicher zu dem Internet von heute als das Internet von vor zehn Jahren zu dem vor 20 Jahren. Ja. Also die zehn Jahre, die sind ein bisschen nochmal verwirrender, denke ich mal. Ja, genau. Also jetzt gibt es mehr Social Media. 2010 gab es Facebook, oder? Ja, ja, ja. Und es war so eigentlich mehr oder weniger die einzige große Social Media Plattform. Achso, Twitter gab es natürlich auch. Ja, genau. Und Twitter hat sich sogar nicht so krass verändert. Ja. So vom Prinzip. Nur Zeichen verdoppelt so. Genau, Zeichen verdoppelt und so. Night Modus eingeführt. Und das waren die beiden Sachen. So, die arbeiten die ganze Zeit in ihrem Labor. Leute, wir brauchen neue Veränderungen. Ja, und Politiker benutzen es jetzt irgendwie für so Sachen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so 50 Jahre in die Zukunft gehen würden, dann ist schon ein ganz anderes Game mit, wie alles funktioniert. Und ich wette, es wird auch voll viele Begriffe geben. Also voll viele Sachen, die jetzt relevant sind, waren vor so 20 Jahren absolut nicht relevant. Also unser ganzer Beruf hat gar nicht existiert. Stimmt. Also 20 Jahre sind schon echt confusing. Das Ding ist, es versterben auch so viele Leute. Das heißt so, wenn du 2008 verschwindest, zehn Jahre später kommst du auf einmal so Michael Jackson ist weg, Mac Miller und so ganz viele andere. Das ist auch schon mal verwirrend. Aber worauf ich sogar eher hinaus wollte, du für dich, du willst so dein Leben meistern und so Erfolg haben in deinem Leben. Und dann so, ne? So. Und jetzt hast du zehn Jahre lang nicht an deinem Leben spezifisch gearbeitet. Ja. Du hast keine Freundschaften gepflegt. Du hast keine Business-Kontakte gepflegt. Du hast nicht gearbeitet. Du hast zehn Jahre lang nicht gearbeitet. Deine Wohnung ist schon längst geräumt und so. Ja. Weißt du, was auch immer so. Weißt du, was ich meine? Also du musst quasi so von Null anfangen. Du kommst so da an und kommst einfach mit einem Haufen Probleme und verstehst voll vieles nicht. Ja. Wie du schon meintest, vielleicht gibt es auf einmal einen neuen Beruf. Checkst nicht mal, was das ist. Dein persönliches Leben wäre doch so richtig auf den Kopf gestellt und so. Was hättest du denn davon? Man hätte was davon, wenn man weit in die Zukunft reist. So, wenn man sagt so, unser Zeitalter gefällt mir nicht. Naja, genau. Man will halt einfach sehen, was so passiert. Du kannst halt nicht mehr zurück. So, das ist mein Problem. Weißt du, was ich meine? So, du gehst so, guckst, was da ist. Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen wie Auswandern im Endeffekt? Du kannst jederzeit immer noch zurückwandern. Nicht immer. Nicht immer. Da immer. Ja. Und ich glaube, so in einen anderen Ort zu ziehen, ist ein bisschen was anderes als so eine andere Zeit. Ist es? Also, ja. Manchmal sogar nicht. Weißt du, was ich meine? Get what you're saying. Also, wenn du mir jetzt mal überlegst, so wie du vom Iran her gekommen bist. Ja. Schon ein bisschen so, als wäre dir zehn Jahre in die Zukunft geraten. Das weiß ich nicht. Also, es stimmt schon. Also, so dadurch, wie die Regierung und so alles da tickt, kommt schon sehr viel Technik, zumindest damals, sehr viel verspätet an. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile einiges an. Ich war halt, hab so lange nicht mehr da gelebt, dass ich gar nicht mehr, ich will gar nicht mehr so genau sagen, wie es da so abgeht und so, weil ich das selber nicht mehr weiß. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht funktioniert das mit anderen Ländern nochmal ein bisschen besser. Aber ja, zumindest wenn wir auch mal so ein bisschen gesellschaftliches Denken und Gesetze betrachten, ist schon echt Zeitreise manchmal von Land zu Land. Ja. Aber ich glaube, ich würde es eventuell sogar machen. In die Zukunft reisen? Eventuell, ja. Kommt ein bisschen drauf an, wie meine Lebensumstände sind, natürlich. Aber zum Beispiel, also wir kennen uns jetzt schon wie lange? Seit ein bisschen mehr als acht Jahre? Ja, so neun Jahre. Also fast zehn Jahre. Ja. Das heißt, theoretisch, wenn ich das so in ein, zwei Jahren machen würde, sind wir so befreundet und dann bin ich weg und natürlich, du machst dann andere Sachen, aber dann bin ich jetzt in zehn Jahren wieder da. Und rein theoretisch könnten wir sogar ein bisschen weiter befreundet sein, weißt du was ich meine? Ja, ja, ja. Also es ist, und vor allem jetzt, wo wir uns so lange kennen, wenn ich jetzt für zehn Jahre weg wäre, also du weißt Bescheid, ist nicht einfach, ey, ich hau ab. Das ist was anderes, wenn du jemandem Bescheid gibst, ich geh weg. Genau. Und ich bin dann wieder da, warte auf mich. Ich bin in zehn Jahren da, dann natürlich viel wird sich in deinem Leben dann verändert haben, aber ich kann mir vorstellen, dass ich dann zurückkomme und so, also ich sehe ja eh immer gleich aus und von daher. Ach so, stimmt. Ja, bei dir funktioniert es eigentlich recht gut. Keine Ahnung, ich wollte das alles nur mal loswerden, weil seitdem wir darüber geredet haben, ging mir das die ganze Zeit nicht aus dem Kopf raus. Und ich dachte, vielleicht, vielleicht weißt du. Vielleicht weiß ich einfach, wie es geht. Wie es geht. Also wenn ich es wüsste, wahrscheinlich jetzt nicht hier im Podcast, oder? Aber ganz kurz, würdest du es mir sagen, wenn du wüsstest, wie man Zeit reißt? Kommt drauf an. Wie gut deine Manieren sind. Nein, das Ding ist, ich kann gerade nicht einschätzen, warum weiß ich das? Einfach so? Habe ich ausgesprochen? Durch den Zufall hast du herausgefunden. Ja, dann würde ich dir sagen. Das heißt, du ziehst mich mit in dein internationales CSI, CIA, Moss hat Probleme. Ich frage dich jetzt einfach mal, würdest du es wissen wollen? Ja, auf jeden Fall. Habe ich mir schon gedacht. Dadurch, dass ich weiß, wie Zeitreisen funktioniert, wusste ich ja schon, dass du das willst, weil ich habe dich ja schon gefragt in der Zukunft. Aber das würde ja voraussetzen, dass du erst eine Zeitreise machst, bevor du es mir sagst. Ja. Ach, würdest du erst Zeitreisen und mir es dann sagen? Schon, oder? Ich will erst mal sehen, ob es geht, bevor ich jetzt sage, Arja, ich weiß, wie Zeitreisen geht. Aber was ist so, wenn du so richtig coole Sachen erlebst und ich bin nicht so dabei und dann... Entschuldigung. Okay, ich werde, wenn ich es rausfinde, noch nicht Zeitreisen, sondern erst dir sagen. Okay, cool. Ich denke, wir werden früher oder später nochmal auf Zeitreisen zu sprechen kommen. Ja. Fürs Erste können wir es erstmal... Ich weiß, ich glaube, wir haben auch die Leute vielleicht ein bisschen damit genervt, drei Folgen lang über Zeitreisen zu reden. Kann sein. Nein, also ich habe auch in den Kommentaren gesehen, dass manche Leute das irgendwie nicht so gut fanden. Echt. Aber, äh, it is what it is. Sorry, Leute. It is what it is. Ich weiß nicht, wie ich jetzt von dem Thema... Egal, in welches Thema ich jetzt gehe, es wirkt random. Hast du die Willi Wills Wissens Memes mitbekommen? Warte mal, also ich habe jetzt schon... Ich wurde das jetzt schon zwei, drei Mal gefragt. Echt? In den letzten zwei, drei Tagen. Was hat sich damit auf sich? Und was war Willi Wills Wissen nochmal? Okay. Willi Wills Wissen war eine Wissensshow. für Kids. Also ist das vielleicht... Macht Sinn. Passt das vielleicht doch zum Thema jetzt? Und die lief vor... Weiß nicht, wann die lief. In den frühen 2000ern. Vielleicht auch in den... Ja doch, in den frühen... Wir sind theoretisch immer noch in den frühen 2000ern. Okay. Also sie lief auf jeden Fall dann. Und da ging es darum, dass ein Mann namens Willi verschiedene Sachen unternommen hat. Das Ding ist, ich habe die Serie auch nicht geguckt. Aber ich kenne... Also nein, ich habe sie geguckt, aber ich... Es gibt richtig viele Serien, da kann ich dir so alles drüber erzählen. Und bei... Das war eher so eine Serie, die habe ich ab und zu einfach mal gesehen, dass die lief. Kennst du so eine Serien? Ja. So, du weißt, dass es die gibt. Ja. Du hast die auch schon mal gesehen, aber... Ich weiß nicht mal, ob das passiert ist, aber das habe ich so gerade im Kopf, so, dass es eine Folge gab, wo er zum Beispiel Wasserwerke besucht hat. Und dann hat er so einfach geguckt, wie funktioniert das eigentlich? Und dann hat er so den Mann interviewt oder ein paar der Mitarbeiter interviewt und... Den Wasserwerkmann. Genau. Den einen... Der Repräsentant aller Wasserwerke. Genau. Ich weiß nicht mal... Das ist gerade nur ein Beispiel. Ich weiß nicht mal, ob es eine Folge gab. Aber ich habe jetzt schon viel eher ein Bild davon bekommen, wie die Sendung ausgesehen haben muss. Sorry übrigens, falls es die Folge nicht gab. Und im Endeffekt hat er aber, weil es halt eben eine Serie für Kids ist, nicht mit den Menschen geredet, wie unbedingt ein Erwachsener redet, sondern mehr ein bisschen dümmlich und ein bisschen... Damit halt es eben einfacher so. Ja genau, einfacher auch für Kinder erklärt wird. Und es gibt jetzt richtig viele Memes, wo er quasi aus dem Kontext gerissen einfach Sachen sagt, die nicht so ganz so cool wirken, weil er es eben für Kinder so ein bisschen dümmer darstellt. Achso, okay. Das heißt, er hat eigentlich gar nichts gemacht, aber Leute reißen ihn jetzt aus dem Zusammenhang und erstellen damit Memes oder was? Im Endeffekt schon. Wobei ich dazu auch nochmal betonen will, dass ich nicht die gesamten Folgen gesehen habe, um das selbst zu bestätigen, sondern ich hab nur Videos zu dem Thema gesehen, die gesagt haben, dass das scheinbar aus dem Kontext gerissen ist. Und dann hab ich natürlich die Memes im Einzelnen gesehen. Also ich hab zum Beispiel eins gesehen, wo er sich mit Kids getroffen hat, die im Rollstuhl sitzen und dann hat er irgendwie so gesagt so... Also er war dann auch im Rollstuhl und er so... Schaut mal Leute! Und dann ist er einfach so aufgestanden. Warum kann ich aufstehen und ihr nicht? Oh. Und dann so... Oder sowas in die Richtung. Okay, okay, okay. Und der Grund, warum er das gesagt hat, war, weil er dann quasi... Erklärt. Erklärt haben wollte, warum das so ist. Warum das so ist. Und das halt eben für Kids, die das eben nicht so verstehen, darstellt. Aber es wirkt halt so, als ob er so zu Rollstuhlfahrern... Wenn man einfach nur diese Stelle... Ja. Ausschneidet. Als ob er so sagt, warum kann ich stehen und ihr nicht? Tschüss. Und das machen jetzt gerade Leute, die schneiden solche Memes raus oder was? Also das war einer der, die so ein bisschen schlimmer waren. Es gab auch einfach viele, wo er ja so... Er hat auch manchmal so Leute... Er hat so witzige Sprüche gemacht. Und einfach aus dem Kontext gerissen wirkten die einfach so, als ob er so sehr respektlos gegenüber irgendwelchen Leuten ist. Meine Frage bei der ganzen Geschichte ist aber, warum er und warum jetzt? Du weißt, wie das Internet funktioniert. Einer macht was und es ist witzig. Und dann stürzen sich alle darauf. Und plötzlich ist einfach ein Meme geworden, diese Serie komplett nach solchen Momenten zu durchforsten und daraus Memes zu machen. Also entweder die heftigste Marketingstrategie aller Zeiten... Nein, weil... Nein, 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 nein. Oder er dachte so vor kurzem so, ach, endlich abgeschlossen mit dieser Serie. Und dann geht das los. Also er hat sich auch scheinbar, wenn ich es richtig verstanden habe, dazu geäußert auf Social Media und hat eben gesagt, dass er das schade findet, dass das so aus dem Kontext gerissen wird. Ja, klar. Logischerweise. Aber ey, schau mal, das ist doch ein gutes Beispiel, um ganz kurz darüber zu reden, wie wichtig das ist, Sachen immer versuchen, innerhalb des Kontextes zu bewerten. Also so... Ja. Oder sich zumindest bewusst zu sein, dass vieles, was du wahrnimmst, aus dem Kontext gerissen ist. Ich glaube, das hatten wir auch mal angeschnitten in irgendeiner Podcast-Folge, aber das ist halt generell einfach ein großes Problem, was... Also ich wollte gerade sagen, was wir heutzutage haben, aber ich denke mal, Menschen hatten das schon immer. Aber ich glaube, durch Social Media und durch halt einfach das Internet wird das nochmal... Durch... Ich teile nicht validierte Informationen. Genau. Weiterständig. Wir sind schnell in Beschuldigen. Ja. Und schnell im... Das ist so. Ja, das ist so. Und das Schlimme ist, dass selbst, wenn es dann später widerlegt wird, ist das meistens nicht so laut. Du kannst ja nie genau dieselben Menschen erreichen, die einmal mit dieser Fehlinformation besudelt wurden. Und meistens erreicht es sogar nicht mal so viele Menschen. Ja. Also selbst, wenn es andere erreicht... Weil die Wahrheit macht ja nie so viele Schlagzeilen wie irgendein skandalöse irgendwas. Ich glaube halt, dass Menschen schon immer so waren. Dass Menschen sehr schnell im Urteilen sind. Also nicht alle natürlich, aber wenn ich sage Menschen, einfach so die Allgemeinheit oder eine große... Ja, weiß ich nicht. Wer meint euch damit? Genau. Ich meine euch. Ich meine dich eigentlich. Ein anderes Ding, was halt auch dazu beiträgt, ist glaube ich, dass es heutzutage viel einfacher und schneller funktioniert, Gruppen zu finden, die deine Meinung unterstützen. Also weil früher war es so, sagen wir mal, du hattest eine etwas absurdere Meinung oder die nicht die Allgemeinheit hat. Dann war es halt so, dass du schnell an Mauern gestoßen bist und so. Hä? Nein, nein, ich sehe das anders. Heutzutage ist es so, du behauptest irgendwas und du findest ganz schnell tausende von Menschen, die dir Zuspruch geben trotzdem. Und das bringt dann aber schneller solche Sachen ins Rollen, so Schneeball-Effekt-mäßig. Generell schlimm finde ich es immer so, ja, halt so ein Mini-Zitat von jemandem. Stell dir mal vor, in einem Film-Geek-Video, wo wir ständig Späße und sowas machen und du sagst so, warum auch immer, ich hasse alle Ausländer, würden die jetzt in diesem Film sagen. Das würdest du sagen. Also mit dem würden die in dem Film sagen, das würdest du sagen. Ja, und jetzt werden die Zuschauer genau den Clip von dir nehmen. Genau. Was nicht schlimm ist, ich bin Ausländer, deswegen wird es keiner glauben. So, genau, das heißt, man könnte diese Stelle wegschneiden und dann das nehmen und dann zeigt das überall rum und macht irgendwelche dummen, falschen Schlagzeilen. Genau, im Endeffekt einfach nicht zu schnell urteilen. Also zum Beispiel eine große Story, die jetzt war, war mit Justin Bieber. Oh ja, hab ich auch gesehen. Dem wurde auch vorgeworfen. Genau, und dann hat er doch zufälligerweise... Warte, ich sag's kurz, weil die Leute wissen nicht, worum es geht. Genau, dem wurde vorgeworfen, oder weißt du's? Dem wurde vorgeworfen, ich will grad nichts Falsches sagen, auf jeden Fall mit einer Frau etwas gehabt zu haben, in welcher Form auch immer, ich weiß grad nicht. Und dann unter irgendwelchen Umständen wurde das behauptet, die nicht nice wären, falls sie gestimmt hätten. Ja, genau. Und Bieber hatte zufälligerweise irgendwie Rechnungen, Fotos, aber nicht selbstgemachte, sondern so von Paparazzis und sowas und Twitter-Posts, also die alle dafür gesprochen haben, dass er genau in diesen Zeitpunkten, wo seine Beschuldigungen halt stattgefunden haben sollen, unter Zeugen war, in einer anderen Stadt oder ein anderes Stadtteil war, was auch immer. Er war ganz woanders, aber auch in einem anderen Hotel und irgendwelche... Genau, also... Und das ist dann so, das kam dann so, oh mein Gott, ich hatte zufällig dafür jetzt so diese ganzen Receipts und sowas. Was, wenn nicht? Ja. Und ich, um Gottes Willen, ich will grad nicht sagen, dass... Weil manchmal kommen im Internet auch solche Sachen raus. Ja. Es gab auch Sachen gegenüber Kevin Spacey mal. Genau. Ähm, oder gegenüber anderen Schauspielern, wo quasi einfach offenbart wurde, dass die scheinbar mal was gemacht haben, was nicht richtig war und... Ist ja auch wichtig. Genau. Es ist super, dass das rauskommt. Genau. Aber was halt gefährlich ist, ist, was ich echt schade finde, ist, wenn Leute das ausnutzen. Darunter, finde ich, leiden im Endeffekt dann auch die Opfer von dem Ursprungsproblem. Ja. Stell dir mal vor, zum Beispiel, du sagst, ey, ich wurde überfallen. Mhm. Jetzt melden sich ganz viele andere Leute, die bei der Polizei, die nicht überfallen wollten, aber ey, scheiße, vielleicht krieg ich auch ein bisschen was vom Kuchen. Ja. So, jetzt wird doch deine Suchanfrage viel weniger ernst angenommen oder in Zweifel gestellt, weil es so viele Fake-Aussagen gibt, als wenn das das halt nicht gäbe. Das heißt, wenn jemand mit irgendwelchen Fake-Behauptungen um die Ecke kommt, schadet er nicht nur der Person, die er halt fälschlicherweise beschuldigt, sondern auch ganz viele andere Opfer, die auch gerne ein Verbrechen oder sowas melden würden. Wo es da einfach schwieriger gemacht wird, da zu ermitteln. Ja, voll. So, das soll gar nicht die realen Fälle runterreden, weil es ist super wichtig, dass die aufgeklärt werden und voll. Also, weil wir wissen ja auch, dass gerade solche Leute, die halt eben so viel Geld haben oder Multimillionäre und Milliardäre sind, dass es schon, also vor allem auch in den letzten Jahren jetzt immer mal wieder solche Fälle gab, wo tatsächlich die ihre Macht ausgenutzt haben, um irgendwelche schlimmen Dinge zu tun. Genau, das ist ja möglich. Ja, genau, das ist ja auch möglich. Und deswegen ist das halt auch eigentlich genau, was du gerade meintest, dass solche Leute, die dann solche Fake-Aussagen machen, extrem dem Ganzen schaden, weil es dafür sorgen könnte, dass irgendwelche Leute dann damit wegkommen. Ja, und mein Problem ist, durch all diese, ja, durch all diese Vollidioten bewegen wir uns immer mehr in eine Richtung, wo Leute auf der Seite entweder übersensibel sind oder auf der anderen Seite. Das heißt, entweder heißt das ständig, entweder sagen irgendwelche Leute, dann hätte sie sich nicht so anziehen sollen, was voll der Bullshit ist, so Frauen können sich anziehen, wie sie wollen. Ja. Und das ist absolut kein Grund dafür, weiß ich nicht, irgendwie handgreiflich oder was auch immer zu machen, was sie nicht möchte, so. Aber auf der einen Seite führt das dazu, dass dann vielleicht ständig alle Frauen, die sowas vielleicht melden, als Faker oder sowas, abgestempelt werden. Auf der anderen Seite wiederum läuft das irgendwie dahin, dass sobald ein Mann seinen Mund aufmacht, ist er schuldig. Ja. So, oder halt wird der als schuldig, sag ich mal, wie heißt das? Angesehen. Ja, oder wird angeschuldigt, beschuldigt, wie auch immer, ne? So, und das halt, das halt leiden beide darunter, das ist nicht gut. Natürlich, also Leute können, Frauen haben's, also nicht nur Frauen, aber meistens ist es ja irgendwie so, dass es eher Frauen betrifft. Frauen haben's in dem Sinne dann schwerer, dass ihnen nicht geglaubt wird und Männer haben's in dem Sinne dann, also die, ich sag mal, die bekannten Typen dann, haben's dann schwer, weil quasi eine Anschuldigung dafür sorgen kann, dass deren gesamte Karriere und Leben kaputt geht. Es sind sehr gefährliche... Ja, Leute sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, was teilweise durch so eine Anschuldigung einfach mal so passieren kann. Das ist echt heftig. Es wird sehr lange über ein Thema geredet, ohne so richtig darüber zu reden. Heikle Themen über heikle Themen. Wir sind immer so sehr... Ich hab auch, ich muss zugeben, ich hab immer voll Angst, was falsch ist, über solche Themen zu sagen. Es gilt eigentlich generell, es gibt auch diese paar Themen, wo es immer irgendwie, egal was du sagst, wo es immer irgendwen gibt, der auf einmal ankommt und du bist Abschaum der Menschheit, wenn du das und das und das nicht so siehst wie ich. Und das gibt's halt auf beiden Seiten, also oder meistens gibt's sogar mehr als zwei Seiten, aber auf allen Seiten. Auf allen drei Seiten des Dreiecks. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt verstellen oder irgendwie was sagen, was wir nicht meinen, aber es ist trotzdem immer so, dass ich das Gefühl hab, oh, ich will jetzt auch niemanden zu nahe treten oder ich will einfach nur... Wir müssen alle lernen, bereit zu sein, unsere Meinung komplett über Bord zu werfen und aufgrund neuer Fakten, die wir neu dazugelernt haben, unsere Meinung zu ändern. Weil so funktioniert Lernen, so funktioniert Wachsen und ja, entwickeln einfach, weil wenn wir ständig an nur einer Meinung festhalten, dann gibt's keine Entwicklung. Das heißt nicht heißen, aus Prinzip einfach die Meinung ändern, weil man andere Fakten hört, man soll das natürlich alles gegenwiegen, aber allein für die andere Seite offen zu sein und nicht direkt davon auszugehen, dass die eigene Meinung immer unfehlbar ist, ist schon ein Anfang, denke ich. Also ich glaube, wir beide sind auf jeden Fall Leute, die bereitet... Hörst du auch so amerikanische Polizeisirenen? Ja. Ich dachte so, ich bild mir das ein und wollte den Podcast dafür nicht unterbrechen. Nee, ich hab's auch gehört. Aber als ich dein Gesicht gesehen hab, war ich direkt so, er hört's auch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht, aber ich hab recht so... Äh, das ist so weird. Äh, ich hab jetzt auch grad vergessen, was ich sagen wollte. Achso, genau, nur dass wir das... Dass wir, ähm... Schon wieder? Schon wieder? Vielleicht hat sich ein amerikanischer Polizist verfahren. Ah! So sehr hart verfahren. Genau, nee, dass ich im Endeffekt sowieso, was die meisten meiner Meinungen betrifft, überhaupt nicht festgefahren bin. Und damit will ich nicht sagen, dass ich mir nicht meiner Sache sicher bin, sondern einfach, ich bin mir sehr bewusst, dass ich mich irren kann. Ja, genau. Und ich glaub, viele sehen das nicht so. Viele sind so der Meinung, dass wenn die was denken, dann ist das so. Ja. Und alle anderen, äh, also haben keine Ahnung. Aber ey, versuch das mal wirklich aus. Zum Beispiel, das wissen jetzt, glaub ich, viele nicht, so Journey streiten uns so gut wie nie. Also, ich kann mich kaum daran erinnern, dass wir jemals gestritten haben, mal Kleinigkeiten oder sowas hier und da. Ja, stimmt. Und ich glaub, das liegt unter anderem mit da dran, dass wir immer bereit sind, nicht auf unsere Meinung zu bestehen und einzugestehen, dass wir irgendwas falsch gemacht haben oder irgendwie was falsch sehen oder was auch immer dazu zu lernen, unsere Meinung zu ändern. Genau, oder zumindest, dass es auch anders gesehen werden kann. Genau, genau. Deine Wahrheit muss nicht meine Wahrheit sein. Und so, wir können beide koexistieren, so. Ja, ja. Weißt du, was ich mein? Ich weiß, was du meinst. Aber ja, Mann. Ich glaub, jetzt haben wir auch echt viel geredet. Wir wollen ja auch noch ein bisschen was für den Mini-Podcast aufbewahren, den wir gleich im Anschluss drehen werden. Leute waren so, haben so ein bisschen Sherlock-mäßig, oh mein Gott, die hatten das selber. Ja, wir nehmen Podcast und dann so diese Mini-Episode nehmen wir hintereinander auf. Das ist kein, das war nicht irgendwie geplant, das so Oktagon-mäßig geheim zu halten. Genau. Was ist Oktagon? Pentagon, Entschuldigung. Oktagon ist einfach nur eine geometrische Form. Das ist noch das Geheimere. So, ja. Das ist halt so eine Ecke mehr. Aber davon weiß niemand. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, dann tut das bitte entweder hier auf YouTube oder falls ihr den Podcast auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast hört, dann könnt ihr den da auch gern folgen. Folgt uns gerne auch auf Instagram at jsamuels, at ariali. Genau. Ansonsten würden wir sagen, How to reason, peason, and good night San Francisco. Cisco. Cisco.